So und damit, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ihr seht richtig, bloß Facecam, das liegt aber da dran, dass ich einfach nur wirklich mit euch kurz mal reden will, warum heute kein Video kam. Habt ihr ja wahrscheinlich schon mitbekommen, warum auch die nächsten Tage keine Videos kommen. Einerseits lag es heute da dran, dass ich um 13 Uhr erst aufgewacht bin, oder eher gesagt aufgeweckt worden bin, weil meine Oma geklopft hat an der Tür. Und andererseits liegt es da dran, weil ich momentan vier Brandy wieder bannen tue, Leute. Das macht mir super, super viel Spaß, deswegen ist mir das irgendwie wichtiger, ein bisschen Kontakt zu Leuten zu halten und so, anstatt ein bisschen aufzunehmen. Und dann will ich noch die Tage zu meiner Freundin, deswegen kommen wahrscheinlich auch keine Videos, weil ich momentan echt viel zu tun habe. Einerseits wegen Schule und einerseits wegen Freundinnen und Brandy. Und bei der Schul-Sache ist es so, dass ich da ein Arbeitsschutzvideo machen muss. Also meine Seminararbeit, also habe ich schon an sich die ganzen Szenen mit einem Kumpel aufgenommen. Jedoch muss ich das Ganze noch schneiden und die ganze Seminararbeit noch schreiben mit ihm. Deswegen werde ich in erster Freitag wieder Videos machen und ich hoffe, ihr versteht das. Ja, und ich wünsche euch wirklich soweit noch eine schöne Woche. Viel Glück noch bei der Schule, die ihr schon habt. Haha, ich bin es. Und ja, ich wünsche euch dann noch eine schöne Woche. Bis dann, wir sehen uns. Ciao.